ARD Text im Auftrag von Funk Das ist ein mega Wasser-Trab. Boah, ganz schön. Lecker. Okay. Die Tür auf. Hallo. Hallo. Ist jemand hier? Ist jemand ungefährlich vielleicht? Hallo. Hallo. Ist jemand da? Hallo. Hier gehen wir erstmal vorsichtig hoch. Die kann ich wieder einschlagen. Mit einem Feuerlöscher, der da an der Wand hängt. Aber es sieht nur hier nicht sehr sympathisch aus. Hier ist nämlich alles voller Blutgedöns. Achtung, rutschig. Was ist hier oben? Da kann ich nicht rein. Da kann ich auch nicht rein. Hier ist überall dieses Struktur-Gel-Zeuggedöns. Kann man rüberspringen. Ey, wie unsportlich bist du denn? Okay, er ist ein Robert. So, dann nehmen wir uns jetzt den Feuerlöscher, der da oben hängt. Und schlagen die ganze Scheibe ein. Wie in den ersten Träumen. Damit habe ich bestimmt irgendwas auf mich aufmerksam gemacht. Oh, wieder was fürs Omnitool. Sofort. Sofort. North Atlantic Ocean. Also wir sind im Nordatlantic. Okay. Webcam. Geiler Gamer-PC hier. Plastatur. Nice. Ohne Dings hier. Kabelgedöns. Ja. Dann läuft es zu Telefon. Kann ich bei irgendjemand sonst noch ein bisschen. Okay. Dann. Omnitool rein. Und jetzt geht er. Wir sind hier. Wir sind hier. Okay, gut. Zeit, um uns als Submarine zu heimieren. Es wird nichts stoppen. Wir haben das gemacht. Ihr habt sicher viele Maschinen und Fahrzeuge. Was macht das hier so speziell? Es ist der einzige Transport, der kann ins Abyss gehen, ohne Cracken, wie eine sohlein. Wenn das eine von einer Art ist, dann wie sie den Abyss nach dem Abyss in den ersten Platz haben? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass sie es so schwer gemacht haben, und einfach... ...WALKED. Ich glaube, das war eine Option. Kath, wie ist es in der Art? Wie ist es, wie ein Film oder ein Virtual Reality? Nein, natürlich nicht. Es ist, wie in der Realität. Aber etwas besser. Die Temperatur, die Gäste, die Gäste, die Gäste. Also, die Menschen in der Art gehen, wie es die Realität ist? Du musst nicht sagen, es ist perfekt imersiv. Und es kann sich einfach aufhören? Ja! Attachiert zu einem Probe, fueled von Solar Panels, es kann überlebt werden für Tausend Jahre. Das ist unglaublich. Nur, die Erde zu sein, wie es ist, und uns, zu retten, die letzte Gäste, der Menschheit, ist... Es ist... ...Heroic? Ja, zumindest, es fühlt sich wert. Hier geht's. Der Dunbat! Oh, ich wusste, dass es zu gut sein ist. Was ist falsch? Es ist... Es ist... Quarantined? Hold on! We need a security cipher. How bad is it? It's, we don't write these things down type of bad. Maybe someone's still around, who can tell us what it is. Hm, sure. Let's go with that. I'll just unlock the other doors for you, so you can explore the station. Ich nervöse, dass sich Robin nicht hätte töten müssen. Okay, das ist die Kabine von innen. Das heißt, da oben filmt gerade eine Kamera. Türen sind aufgesperrt. Mal sehen, was uns hier für Monster erworben. Was ist der? Nett! Licht! Das ist doch nicht schlimm, wenn ich Licht ane mache, oder? Oh, da hinten auch. Türen. So, die drüben sind zu. Und die ist offen. Das da? Ja. Nicht das da? Okay. Dann nicht. Welche Tür hat sie denn jetzt aufgemacht? Nur die eine? Oder die sind doch gesperrt. Achso. Okay. Danke. Äh, ein, zwei, oder drei. Ah, was ist das für ein Geschrei? Okay, erst die linke Tür sieht nicht ganz so. Ja. Kann ich dich benutzen? Muss ich dich schon benutzen oder auf dem Rückweg? Ich benutze mich auch auf dem Rückweg. Ich glaube nämlich nicht, dass wir hier alleine sein werden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, das stimmt. Wir haben echt nirgendwo Menschen gesehen und ein paar Roboter. Und irgendwo müssen ja auch der Rest der Roboter sein. Ähm. Erst mal da. Elegator. Okay, das sind die Toiletten. Oh. Oh. Oh mein Gott. 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 Ich kann das Licht nur auf und zu flackern, ey. Oder so abzugehen, was auch immer. Und hier höchst konzentriert. Kann man da durchgucken, ja. Ich will da gar nicht mehr raus, ich fühl mich hier sehr wohl. Nicht nochmal flackern. Boah, diese tierisch langen Gänge, Alter. Und was wäre, wenn ich jetzt, warte mal, es gibt so viele Wege hier. Okay, da kann, ach so. Komm schon. Pilotensitz. Ich weiß nicht, wo ich sie essen soll, ey. Ich weiß nicht, ob ich sie essen soll. Ich weiß nicht, ob ich sie essen soll. Und alle anderen, ich glaube. Ich weiß nicht, ob ich sie essen soll. Ich hatte zu testen, bevor ich anfangen zu machen. Okay. Ich weiß nicht, ob ich sie sehen. Das ist... Was? Check die Terminale. Ich will nur sicher machen. Ja, mach ich doch mal das. Mächtnis-Scans. Die Nanami-Struktur. Komprimierter Nakajima-Nagrograph. Fasser Nakajimachin. Testperson. Nanami. Geschlecht weh. Weiblich. Geboren. Gestorben. 20.021. Daten löschen. Ja. Der komprimierter Nakajima-Nagrograph. Verfasser David Munchy. Testperson Paul. Das ist sein Kollege gewesen. Männlich. 2. August 2069 gestorben. Kanada. Kanadisch. 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 Munchy. David Munchy. Wie? Wie hat das... Was ist das? 2078. Also er ist nach Burke gestorben. Aber in welchem Jahr leben wir denn jetzt? Ich dachte, das wäre... Ah ja, 21.000. 23.000. Kath, was ist das? Warum hast du ein Bild von mir? Du bist einer von Dr. Munchy's Templaten. Ein Legasyscan. Audioaufzeichnung. Hier, 21. Juni 2015 sind wir gestorben. Okay, that's it. Wow. That was fun. That's a relief. Still figuring this out, so. This freaky. So many lights. What do we do now? Paul and I are gonna run tests for a week or so. And then we'll work out a road map to your recovery. Well, I feel excited. Can't wait to get back to the living. 2. Mai hatten wir da unsere erste Untersuchung. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich müsste mich jetzt zurück. We've worked everything out. Everything is legal. Vouched for by Dr. Peek and Professor Wei. Ah, that's great news. No big change in medication. You'll be taking an aspirin every morning, but that's about it. Paul worked out a diet with some variations you should try out. You can continue doing physical therapy. Also, there's some extra cardio training every other day. Okay, you're getting complicated. Don't worry, it's really not. We're gonna keep an eye on you every week. So we'll be able to adjust the plan if needed. The model was sound. It should have worked. It's not your fault, David. I really wish things had turned out differently. Yeah, me too. I was supposed to save you. Hey, you got my brain on file. Maybe you can put it to some use. Yeah. Who knows? You'd be okay with that? Using it for my research? Sure. It's like a part of me lives on or something. Like a donated organ. You know what sucks about dying? What? The crash. The crash. Everything up till now. The brain damage. You guys. Everything. It's made my life so much more real. I started thinking about all the things I was going to do. I'd never been more excited to be alive. All that hope. Is wasted? Are there hope? Is wasted? Was ist ein Legasys-Scan? Sie sind historische Template für AI-Konstruktion. Any self-respecting engineer wouldn't use Legasys anymore, but they're grateful earning. They come with every development kit. So, my brain scan turned into a template for artificial intelligence. You should be proud. So much for that mystery. No magic or time travel needed, I was here all along. Waiting for someone to shove a picture of my brain into a suit and hit the power button. Tja. Keine Verbindung zum Hauptrechner möglich. Bitte setzen Sie den Ruder im Computerraum zurück und wenden Sie sich an den Wartungsteams. Au. Uh, Strassi? Come in, I need help in the lab. The scan room. What happened? Conrad killed himself after the scan. Jesus, how? Um, naser tool? What should I do? I'm gonna need to tell Stromweir. No, please. I'm so close. Stromweir's gonna shut down the ARC project. It's not my fault, people keep killing themselves. Catherine, what are you gonna do? It's not like you can sneak a 300 pound body out of the lab. Alter. I know. Catherine, are you okay? Not even close. It's so hard, when you carry all the scans through and they want to be careful. I don't know what to do. I hear here the whole time Schritte. Das nervt. I don't know what to do. I don't know what to do. Also okay, there's kind of an alarm that I need to... Die ARP-scans sind ähnlich wie meine Legacy-File? Nein, deine ist flatter, wenn das Sinn macht, weniger Dynamik. Danke, das macht mich viel besser fühlen. Broken. Bust. Damage. Alle hinüber. Oh, scheiße. Ich weiß nicht, wie ein Heiler aussehen soll, aber hier sieht das nicht wirklich heil aus. Die sind alle Körgut. Okay, ich muss wohl später auf den Computer zugreifen. Wenn ich unten war. Aber ich mache jetzt für heute erstmal Schluss. Ich weiß nicht, wie ein Heiler aussehen soll. Ich weiß nicht, wie ein Heiler aussehen soll. Ich weiß nicht, wie ein Heiler aussehen soll. Ich weiß nicht, wie ein Heiler aussehen soll.